Ciao zusammen, ich bin Jürg, euer Griech und ich weiss gar nicht, was ich jetzt hier sagen soll. Ich muss so schnell wie möglich wieder in den Fokus hineinkommen, in meinen Tunnel für die National Playoffs. Dann sollten wir heute keinen Sieg einfahren. Was ist das? Dann ist das die letzte Folge gewesen. Es könnte ja auch die letzte Folge gewesen sein, wenn wir zwei Siege natürlich einfahren. Oder es ist die vorletzte Folge, wenn wir einen Sieg und einen Niederlage holen. Also was schnöre ich hier wieder? Ich lau wieder einfach die Zeug raus, die ihr eh alle wissen. Somit nichts mehr labern, in den Fokus hinein. Du kannst natürlich, wenn ihr das Ganze hier gefällt, mir den Daumen nach oben noch zeigen. Und jetzt starten wir direkt mit der Action. Los geht's! Spiel Nummer 5 kann beginnen und wir gewinnen das erste Abouli. Können wir auch gerade den ersten Schuss geben? Ja! Und was für ein erster Schuss? Wir gehen direkt in Führung mit 1-0, mit dem allerersten Angriff. Jawohl! So ist doch das absolut perfekt! So gut wie der Match gestartet ist, so langweilig ist der auf einmal geworden. Oh, Metall! Ujo El Niño sehr gut gemacht. Onezza, passen, schiessen! Und nochmal schiessen! Nein, Mann! Wir brauchen endlich wieder mal ein Bulli-Goal! Nein, Mann! Das zählt wirklich! Zählt das Goal wirklich? Das wäre der Over-Burner! Das Goal hat tatsächlich gezählt. Haben wir das Glück in diesem Match komplett auf unserer Seite? Nicht unbedingt! Wir müssen jetzt tatsächlich in Unterzahl spielen! Oh mein Gott, Metall! Unterzahlspiel haben wir überstanden und jetzt können wir sogar noch in Überzahl spielen. Wie geil wäre das, wenn wir jetzt das nächste Goal machen würden! Scheisse, wieso verliere ich das wichtige Bulli? Nein, 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 nein! Schön, Cennoni! Scheisse, der kommt ganz allein auf unser Goal! Bitte Cennoni, bitte Cennoni! Hept den, hält den, hält den! Und er hebt den! Nein! Ich kriege Schieben einfach nicht mehr! Das gibt es doch nicht! Scheisse, Mann! Schön, Cennoni! Das zweite Drittel ist einigermassen langweilig! Beziehungsweise, wir können einfach nichts machen! Jetzt mal endlich einen Angriff und einen Scheissschuss! Wieso komme ich nicht mehr vorne? Das ist richtig Scheisse! Vielleicht jetzt, komm, gib ihm den Pass! Ja, abseits, Mann! Schuss, 3 zu 0! Wir brauchen noch 3 zu 0! Nein! Oh, oh, oh! Scheisse, was machen die Finnen? Was machen die? Nicht das Goal! Vielleicht machen wir aber das Goal! Komm, zack! Und jetzt rein damit! Nein! Letztes Drittel! Wir haben zwar Unterzahlspieler, aber wir geben die Führung nicht an! Wir geben die nicht an! Aufgepasste Finnen machen jetzt immer mehr Druck! Sehr schön, Block! Ist auch nicht schwer, wenn man in Überzahl spielt, aber jetzt ein riesen Fehler! Und ein schlechter Abschluss von mir! Viele Szenen gibt es nicht vom dritten Drittel! Jetzt gibt es jedoch eine, nämlich eine von Cennoni! Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir nicht viele Szenen haben, speziell von den Finnen, sondern mehr von uns, aber der Goalie! Mein Gott, wie kann er das safe? Jetzt müssen wir wieder aufpassen! Ganz heftig aufpassen! Und Cennoni macht das auch! Spielzeit ist nicht mehr! Und ich bin verdammt froh, dass wir mit zwei Goals führen und ich noch mit Ahi nicht mehr! Ich bezweifle sehr stark, dass viele diesen Match werden gewinnen, denn sie haben jetzt den Goal draussen! Wir können angreifen und wir machen es 3 zu 0! Yes! Richtig geil! Und da nichts mehr passiert ist, in den letzten paar Sekunden gewinnen wir den Match Nr. 5 mit 3 zu 0 gegen Finnland! Richtig geil! Wenn wir den nächsten Match auch noch gewinnen, dann haben wir unseren Titel geholt und das wäre einfach zu heftig geil! Und ich würde sagen, fertig gelabert, wir gehen gleich rein in Match Nr. 6! Wird das jetzt unser letzter Match sein? Holen wir den Titel in diesem Match! So jetzt kommen wir abdrehen, wo sind meine Mitspieler? Wo sind meine fucking Mitspieler? Nein, du kriegst eine Scheibe noch nicht! Wir können Powerplay spielen und das müssen wir ausnutzen! Endlich sind wir im Gegend, es ist ein Drittel, da kommt der Schuss, da kommt der Abpraller! Mann! Also die Überzahl ist bisher einfach gar nichts gewesen! Schön, Genoni! Aus diesem Grund kriegen wir jetzt ein zweites Powerplay, aber auch das nutzen wir noch nicht! Bitte, ich will jetzt die Führung, ich will jetzt die Führung! Und da ist die Führung! Mit einem Hammerschuss gehen wir mit 1 zu 0 in die Führung! Dank einem Powerplay-Gaal, jawoll! Yes! Yes! Ich bin so ganz voll konzentriert! Und wir haben es tatsächlich geschafft! Direkt nachgesetzt! 2 zu 0 ist da, yes! 2 zu 0, so geil! Und jetzt haben wir einfach keinen Goalkassierer, schön dazwischen! Viele sind irgendwie brutal hässig, denn wir können schon wieder in Überzahl spielen, aber wir machen keinen Goal! Erstes Drittel ist richtig geil für uns gelaufen, läuft das zweite Drittel auch so! Bisher zum Glück schon! Nein! Scheisse! Fuck! Fuck! Schön, Genoni! Oh mein Gott! Hey! Nein, 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 nein! Die Fien werden immer stärker und stärker! Das müssen wir so schnell wie möglich beenden! Schön, Genoni! Unter Beenden verstehe ich etwas anderes, als in Unterzahlen spielen müssen. Am besten ein 3 zu 0! Das wäre perfekt, hey! Komm schon, Abpraller! Nein, Mann! Die Fien in Überzahl, sie kommen aber nicht zum Abschluss. Sie wollen die Scheibe immer hin und her laufen! Und jetzt der Genoni! Letztes Drittel! Und wir führen tatsächlich noch mit 2 zu 0! Und wir können jetzt noch angreifen! Die Scheibe läuft aber nicht richtig! Oh mein Gott! Wir brauchen ein Goal! Wir brauchen ein weiteres Goal! Irgendwas wird vertrauen in diesem 2 zu 0 nicht! Konzentriert, Jür! Konzentriert, wie schön Genoni! Oh! Oh! Wir sind in den letzten 5 Minuten drin und der Genoni pariert wieder! Nein! Wie passieren wir jetzt hier ein Goal? Ich denke, da kann eh nichts passieren! Aber es passiert! Anschlussstreffer 1 zu 2! Nein, Mann! Wir dürfen jetzt den Match nicht noch verlieren! Nicht so knapp vor dem Ende! Nicht so knapp vor dem Ende! Den Match jetzt noch verlieren! So knapp vor dem Ende wäre zu heftig! Jawohl, wir haben da noch Leute hinten! Wir haben da noch Leute hinten! Sehr schön! Nein! Nein! Oh! Genoni! Ich bin jetzt noch ohne Goalie! Das macht natürlich extremen Druck! Metall! Oh mein Gott! Aha! Die letzten paar Sekunden laufen! Ich nehme euch das komplett mit! Schön! Genoni! Komm wir müssen die Scheiben haben! Holen wir uns die Scheiben! Holen wir sie aus! Nein! 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 Wir gewinnen! Wir gewinnen den Match unglaublich! Und holen uns so mit dem Titel! Oh mein Gott! Yes! Wie geil ist das denn? Unglaublich! Das hätte ich niemals denken! Dass wir diesen Match auch so werden gewinnen! Doch! Natürlich noch 2 zu 0! Aber ich habe keine Ahnung was ist! Schnorra! Hören wir auf! Schnorra! Wir geniessen es einfach! Dass wir den Titel geholt haben! Wir gewinnen diese Serie gegen Finnland mit 4 zu 2! Jawohl! Ja die Schweizer trösten hier die Finne! Das ist doch ein schönes Bild! Und noch schöner wird das Bild jetzt! Äh ja gut! Genoni kriegt hier ein Conn Smythe Trophy! Ist natürlich auch etwas Schönes! Er hat Hammerparadena gezeigt! Auch hier in diesem Match wieder! Einfach göttlich! Wie der uns immer im Spiel gehalten hat! Und da kommt er! Da kommt der grosse Stanley Cup! Da! Der Titel! Wo jetzt bei den National Playoffs als Weltmeistertitelpokal! Oder was schnore ich da? Ja keine Ahnung! Wir haben auch den Titel geholt! Und den Stanley Cup so gesagt als symbolischer Weltmeisterpokal! So macht das wahrscheinlich eher Sinn! Und da kommt er! Unsere Kempten! Ach du schön weisse! Ist das geil! Der Roman Josi! Komm nimm den Pokal! Und steh ihm dann in die Luft! Hey Lana! Los du Horaliri! Jawohl! Und jetzt in die Luft! Yes! Das ist der Sieg! Wir holen unseren Titel! Mit der Schweiz gegen Finnland in den National Playoffs! Leider hat das Ganze auch etwas Negatives denn? Ja! Die National Playoffs sind jetzt vorbei! Das war's mit den National Playoffs! Wir sind am Ende angekommen! Nicht nur mit der Serie, sondern auch mit dem Video! Ich danke jedem Einzelnen, der sich das ganze Video jetzt bis hier rein gezogen hat! Wenn du das gemacht hast, dann schreib unten in den Kommentar rein! Hashtag Ende! Und natürlich würde ich mich auch über eine positive Bewertung zu diesem Video freuen, wenn dir das Ganze gefallen! Wenn dir die ganze Serie da gefallen hat, die wir durchgezogen haben! So gross meine Freude auch ist und ich da noch sehr viel möchte labern, jedoch weiss ich auch, dass die meisten jetzt so eh wegschalten, wenn du alles noch dran bist! Ehrenmann! Ehrenfrau! Nichtsdestotrotz sind wir jetzt wirklich am Ende des Endes angekommen! Ich bin somit draussen, danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag! Einen schönen Abend und einen schönen Morgen! Ciao!